Endlich, ich habe es geschafft! Meine Hüte! Haben Engel auch so viel Ärger? Alter Schwede, das hat ja gedauert. Scheiße, ich darf jetzt da nicht sterben. Scheiße, aber das wird schon gehen, denke ich. Diesmal hat er nämlich keine Bomben geschmissen, was komisch war. Erst eine ganze Zeit mir hinterher gelaufen. Ach, Scheiße, okay. Alter! Ich sehe nichts! Licht! Licht! Licht, ich bin hier! Ich sehe nichts! Alter! Warte, warte auf mich, warte auf mich! Wohin soll ich denn springen? Soll ich da rauf springen? Ach egal, die Zähne sind jetzt gerade sowas von egal. Was soll ich denn machen? Meine Güte, wo gehst du denn hin? Ach so. Dann mache ich das doch mit dem Zähne. Okay, auf die erste Plattform. Nein! Meine Güte. Ich habe Angst vor den Haien. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, wieso passiert mir das immer? Ich hatte das! Ich bin gerade voll hibbelig hier! Erst recht, weil das Licht noch so schnell weg geht, wisst ihr? Und dann habe ich wieder so wenig Leben. Du bleibst jetzt hier! So. Und dann gehen wir da rüber. Und dann auf die zwei. Und dann... Hier rauf. Dann da rauf. Und dann... Nein, das Licht! Komm schnell, ich bin hier! Oh mein Gott. Ich darf nicht mehr so schnell springen, aber bei diesen Dingen habe ich ein bisschen zu klappen. Wo muss ich jetzt hin? Ich, bist du da, ja? Hallo? Hallo? Ich weiß jetzt zwar nicht, wozu das eigentlich da ist, aber okay. Soll ich denn dann hier gucken? Nein, 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 nein! Es ist so warm! Ich sticke hier drinnen. Obwohl Fenster auf ist. Hä? Hä? War hier nicht eine Plattform? Hä? Ich verstehe nur Bano. Hier war doch eine Plattform, soweit ich weiß. Wo ist die denn hin? Wo soll ich denn hinspringen? Wo soll ich denn da rüber? So weit kann ich doch gar nicht springen. Ey, das ist ja voll unfair. Das Ding fliegt so weit. Hä? Jetzt ist doch immer die Platte da. Kommt schon. Ach. Ja, ich spring da schon! Ich hab's, ich hab das jetzt irgendwie nicht verstanden. Oh, das tut mir so leid, Leute. Ich bleibe nicht mehr hier. Noch mal einen Schnitt. Bis gleich. So geschafft. Alter. Mal kam die Plattform, mal kam sie nicht. Das hat mich so aufgeregt, ne? Und... Das... Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer! Wir steuern gern hohe und gelohreiche See! Okay, hier ist was gespeichert. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Folge aufnehmen. Aber irgendwie bin ich jetzt grad irgendwie von diesem ständigen Sterben so genervt gewesen, dass ich jetzt erstmal keine Lust mehr habe. Und deshalb sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Alice Maddens Returns mit eurer lieben Kuro. Tschüss! Tschüss! Kat partners leaned Stimmat